Musik Herzlich willkommen zum European Circle. Heute im Studio Viviane Otto. Sie ist Projektmanagerin des Programms Europa Verstehen der Schwarzkopf Stiftung. Und da geht es darum, Jugendliche für Europa zu begeistern. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich, dass Sie hier zu sein. Und Schwarzkopf, da denkt man erstmal natürlich an Haarpflegemittel. Ist das tatsächlich eine Stiftung gegründet aus diesem Unternehmen? Schwarzkopf, der Name kommt von Pauline Schwarzkopf, die schon in den 70er Jahren die Schwarzkopf Stiftung gegründet hat. Eben als private Stiftung und nicht Teil des Schwarzkopfunternehmen. Also damit haben wir jetzt gar nichts mehr zu tun. Aber der Gedanke damals von Pauline Schwarzkopf war es eben, junge Menschen für Europa zu begeistern. Und eben auch zu der Entwicklung von diesen jungen Persönlichkeiten beizutragen. Als weltoffene, als interessierte Menschen. Finde ich interessant. Das ist schon so lange, also schon in den 70er Jahren, diese Idee gab. Sehr schön. Und das hat sich bis jetzt natürlich gehalten. Nun hat sich Europa verändert. Aber die Jugendlichen, denke ich, sind relativ gleich geblieben. Erst mal so zu denken, noch was, für das ich mich interessieren soll. Mach schon Schule mal. An wen richtet sich denn das alles? Wir richten uns tatsächlich an alle jungen Menschen zwischen 16 und 28 Jahren. Das ist also eine ziemlich große Zielgruppe. Und diese Jugendlichen bringen natürlich auch ganz, ganz unterschiedliche Voraussetzungen mit. Und wir versuchen in verschiedenen Programmen, die wir durchführen, jeweils auf diese besonderen Herausforderungen oder besonderen Hintergründe, die die Jugendlichen mitgeben, einzugehen und da an unterschiedlichen Stellen anzusetzen. Das Programm Europa Verstehen, für das Sie heute hier sind, das gibt es ja schon ein bisschen, seit 2009. Was ist der Sinn? Ja, 2009 ist es ganz klein begonnen in Berlin. Und Ziel ist es, im Rahmen des Projekts Europa Verstehen, Jugendliche eben für Europa zu interessieren und als Grundlage dafür vor allen Dingen erst mal Kenntnisse über die EU zu vermitteln. Also im Rahmen des Projekts führen wir EU-Kompaktkurse durch, die vier Stunden dauern und senden junge Trainer, die selbst europäische Erfahrung gesammelt haben, in die Schulen. Und diese jungen Trainer haben dann eben oder möchten dann eben den Schülern ja so grundlegende EU-Kenntnisse vermitteln und ihnen Freude machen. Was sind das für europäische Erfahrungen? Was muss ich mir darunter vorstellen? Auch viele haben tatsächlich selbst Erasmus gemacht zum Beispiel, gehören also zu dieser europäischen Generation vielleicht, wie sie genannt werden. Einige engagieren sich auch sehr lokal in ihrem Umfeld, in Studierendenorganisationen, so etwas. Und sie alle teilen aber eben die Überzeugung, dass es wichtig ist, Europa aktiv mitzugestalten und dass junge Menschen das auch tun können. Und mit diesem Gedanken gehen sie eben in die Schulen und hören dann auch erst mal zu. Also jeder EU-Kompaktkurs beginnt auch damit, dass die Schüler erst einmal selbst Raum haben, ihre Fragen zu stellen zu Europa. Und das ist dann immer der Ausgangspunkt für jeden Kurs. Wenn ich mir vorstelle, ich bin in der Schule und muss jetzt nochmal einen vierstündigen Kompaktkurs machen, sind alle begeistert oder sagen auch teilweise Leute, ach nee, nicht noch was? Ja, also tatsächlich freuen wir uns immer wahnsinnig über das Feedback, was unsere Trainer bekommen. Das liegt sicherlich daran, dass sie eine Abwechslung auch sind zu dem normalen Schulalltag, sind eben mal andere Gesichter. Es ist einmal nicht der Lehrer, sondern ein junges Team, was da hineinkommt. Und wir versuchen auch, das Format dynamisch zu halten. Und die Schüler müssen dann auch mal aufstehen und sich zuordnen nach ihren Meinungen und bewegen sich im Klassenraum. Und Ziel ist es, dass sie selbst im Verlauf des Kurses Antworten auf die Fragen finden, die sie zu Beginn gestellt haben. Was haben die denn für Fragen? Wir führen das ja seit 2009 durch und insofern ist es für uns auch immer sehr, sehr gut, diese Fragen zu sammeln, weil man daran tatsächlich auch das Interesse der jungen Menschen verfolgen kann. Und ja, also jetzt gerade gab es natürlich eine Phase, da haben die Jugendlichen sehr viel über die Euro-Krise gefragt. Wieso zahlen wir denn für die Griechen Warnfragen? Jetzt sieht man das schon wieder abflauen. Jetzt geht es eben viel um die Frage, wie sollte Europa oder die EU mit Flüchtlingen umgehen. Das ist jetzt zum Beispiel ein wichtiges Thema und auch ein Thema, was die jungen Menschen bewegt. Und gibt es dann in diesen vier Stunden auch Antworten darauf oder müssen sie sich selber die Antworten geben oder wie stelle ich mir das vor? Zum einen, also ich glaube, auf Wissensfragen finden die Schüler sicherlich viele Antworten. Gleichzeitig ist es uns aber wichtig, auch zu sagen, dass eben bestimmte Fragen sehr kontrovers sind. Und ein Kurs ist für uns dann gut gelaufen, wenn die Schüler Lust haben, in diese Kontroverse einzusteigen. Vielleicht in ihrer Klasse, vielleicht aber auch hinterher, sich tatsächlich zu engagieren. Und dass dann sozusagen dieser EU-Kompaktkurs ein Anstoß ist für weitere Beteiligung. Ich denke, da muss es eine große Kooperation auch mit den Schulen geben, mit den Lehrern vielleicht. Dass es dann, da dann noch so Side-Steps gibt sozusagen in der Schule, im Programm, im Unterricht. Funktioniert das gut? Ja, also im Idealfall ist so wirklich Raum, dass die Trainer oder die Lehrer dann hinterher diese Fragen, die dann noch offen geblieben sind oder natürlich weiterhin kontrovers sind, nochmal aufgreifen. Ansonsten bieten wir aber auch von der Schwarzkopf-Stiftung sozusagen einen nächsten Schritt an. Und zwar gibt es, bei uns wird das Europäische Jugendparlament koordiniert. Und das ist ein Programm, da haben die Jugendlichen dann mehr Raum, genau in diesen Kontroversen einzusteigen. Und Schüler können sich eben in ihrem Klassenverbund oder auch einzeln bewerben um eine Teilnahme beim Europäischen Jugendparlament und treffen dann mit Jugendlichen aus anderen Schulen zusammen, um eben aktuelle europäische Fragen zu debattieren. Ja, sehr interessant. Ist das eine große Angelegenheit? Also ich stelle mir, wenn sich ganze Schulklassen beteiligen, das muss ja ein riesen Publikum werden. Ja, das stimmt. Das ist ein riesiger Verein, eben auch international aufgestellt. Das gibt es, das Europäische Jugendparlament Deutschland, gibt es aber auch in ganz vielen anderen europäischen Ländern. Und es ist so, dass es zum einen dann nationale Parlamentssitzungen gibt, die eben simuliert werden, aber dreimal im Jahr auch große internationale Sitzungen, wo wirklich Jugendliche aus ganz Europa zusammenkommen und dann debattieren. Und insgesamt erreichen wir da jährlich über mehrere tausend Jugendliche, die in ein oder anderen Weise da aktiv sind. Wie viel machen denn eigentlich mit bei Europa Verstehen? Bei Europa Verstehen führen wir jährlich in Berlin und Nordrhein-Westfalen, das sind unsere beiden Projektregionen, etwa 200 Kurse durch. Und ja, dann sind es so circa 20 Schüler pro Klasse, also so ungefähr. Und wie ist denn Ihre Erfahrung? Sind Sie eher unpolitisch am Anfang und können tatsächlich ein bisschen rangeführt werden? Also kann man das messen? Ich denke, eine gute Möglichkeit da ein Gefühl für zu entwickeln, sind tatsächlich die Fragen, die wir sammeln. Und die zeigen, dass die Parolen vielleicht relativ präsent sind. Also dass natürlich die Jugendlichen viel aufgreifen, aus den Medien vielleicht oder aus Gesprächen im Freundeskreis. Und häufig einfach diese Schlagwörter oder Sätze mitbringen und ihnen die Information fehlt, um eine eigene Meinung zu bilden und um diese erstmal Schlagwörter einzuordnen. Und insofern glaube ich, dass da schon ein Interesse besteht. Und wenn man sozusagen dann ein wenig hilft und unterstützt und einordnen hilft, dann glaube ich, dass da durchaus ein großes Interesse ist. Vor allen Dingen an den politischen Themen, die sichtbar und greifbar sind im Alltag. Was ist denn für Sie ein Erfolg des Programms? Ein Erfolg von Europa verstehen ist es, dass wir ganz, ganz, ganz vielen unterschiedlichen Schulformen vor Ort waren. Und wahnsinnig viele Kurse, vor allen Dingen auch vor der Europawahl 2014 durchgeführt haben. Und eben tatsächlich es den jungen Trainern, so sagt zumindest das Feedback der Schüler, gelungen ist, die Interessen der Schüler aufzugreifen. Und am Ende des Kurses war es dann häufig so, dass die Schüler gesagt haben, könnt ihr nicht noch bleiben. Und wie sieht es denn jetzt genau aus noch mit dem Jugendparlament? Und wenn uns das gelingt, dann ist das ein großer Erfolg. Sie haben gesagt, wir waren viel unterwegs. Hört das jetzt auf oder geht das doch noch weiter? Vor der Europawahl haben wir alle, alle Kräfte gewündelt, die wir hatten. Da haben wir sehr, sehr intensiv, da hatten wir 400 Kurse oder Ähnliches in einem Jahr. Jetzt bleiben wir weiterhin am Ball mit 200 Kursen im Jahr und genau, sowohl in beiden Regionen. Und haben jetzt aber vor allen Dingen, und das ist so ein bisschen der neue Fokus, auch ein internationales Team aufgebaut. Das heißt, es gibt jetzt Trainerteams in neun verschiedenen europäischen Ländern, die jetzt versuchen wollen, diesen vierstündigen EU-Kompaktkurs auch in Schulen in ihren Ländern zu bringen. Und eben damit das Projekt auch zu internationalisieren. Ja, klingt logisch und auch als logischer nächster Schritt. Was haben Sie denn sonst noch so vor? Also das ist eine ganz, ganz große Aufgabe. Und dann wäre sozusagen gleich der Folgeschritt, die Erfahrung, die diese internationalen Teams sammeln, in der Tschechischen Republik zum Beispiel, oder wir haben sogar ein Team in der Ukraine, dass wir diese Erfahrung bei uns sammeln, zusammenbringen und dann wieder an unsere nationalen Trainerteams weitergeben. Denn natürlich ist es ganz, ganz wichtig, auch für unsere deutschen Trainerteams in Oberhausen, in Berlin, in Essen und Köln, eine Einordnung zu haben. Wie kommt der Kurs eigentlich in der Ukraine an oder in Frankreich? Was sind dort die Themen und Fragen der Jugendlichen? Und das vielleicht auch wieder zurückzuspielen. Genau. Und ist da Europa eigentlich so, wie wir es empfinden? Auch das wäre natürlich dann in der Folge, wären sehr interessante Fragen und Antworten, die wir daraus bekommen könnten. Und das gliedert sich ein in das Gesamtprogramm der Schwarzkopf Stiftung, die noch sehr viel mehr Punkte hat, noch viel mehr Projekte hat und viel mehr Programme hat. Aber dieses Programm Europa Verstehen wird also in Berlin und Nordrhein-Westfalen momentan durchgeführt. Ist geplant, das auch noch auszuweiten in Deutschland? Ja, also wenn, genau wie wir als Schwarzkopf Stiftung sind, da dann immer, können diese Projekte durchführen, dank starker Förderpartner. Also in dem Fall ist das die Stiftung Mercator und das Europäische Parlament. Über andere Förderpartner würden wir uns natürlich freuen und dann sicher gerne auch in anderen Regionen aktivieren. Vielen Dank. Viviane Otto von der Schwarzkopf Stiftung zu dem Programm Europa Verstehen. Vielen Dank fürs Zuschauen.